Und im Warbarren Und natürlich hab ich keinen Platz dafür Achso siehst du ja, hab ich das hier aufgesammelt So Das heißt die beiden Dinge hab ich schon Das Ding da oben mach ich auch schon Im Warbarren hab ich auch Das heißt wir brauchen nur noch das Ding Ach ja stimmt ja Ein Silberbarren und diese Dinge Kevin nächstes Mal denkst du nach Okay Ich mach mal ne neue Truhe Ich zieh ja unten nicht mehr durch Hab ich noch irgendwo ne Truhe gehabt? Du hast bestimmt noch ne Truhe-Truhe gehabt Oder wo meine Truhen drin waren Ich hatte keine Truhen-Truhe Warum hab ich keine Truhen-Truhe? Mach ich ne Fresse Ähm machen wir ein paar Truhen Dazu kann ich mir ein Diamant auslernen Nur über Kevin seine Leiche Bitte komm einfach ein Tier Nein Das wärs Alter warum kommt ihr bei mir andauernd battle? Das soll umgedreht sein Ihr seid zu zweit Ja nur ein Diamant bitte Ja ein Diamant Alter schlimm genug Ich hab dir auch geholfen Ich weiß Ich hefte ihm also bitte Ey du weißt doch warum ich dir nix geb oder? Anderman du bist ein schlechter Freund Anderman Vergiss das nicht Please Ja ok komm her kannst du Warm Ja danke Aber wie gesagt Wir kennen Mops wieder Oha ich hab eine Skelett-Trophy Ähm ne warte Warte da hab ich was falsch gemacht Da hab ich das Ne warte 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 was mach ich hier gerade? Bin bei dir Sortierter Stoom ist Zuckerrohr noch Ja schön Ja schön Ich warte aber trotzdem ob das genau fällt Dass es fertig ist Brauchst du vielleicht ne Skelett-Trophy? Nein Da Da Bitte Platzier sie die ist richtig geil Was soll ich denn mit? Platzier sie dort um zum Beispiel da Irgendwo Und jetzt mach Rechtsklick Aber Im Ernst ich hab jetzt nur dieses Geräusch? Nein schau da oben die Pferde Hä? Ja Schießt das Ding nach oben? Ja Macht das Damage? Ne Ja Ah Noll Ah Ah Natürlich kannst du mir jetzt bitte den einen Diamant geben bitte Naja warte Ne warte warte Alter ich greife immer in die falsche Truhe Hier ist er Okay Oh Nein Du hast den Müll aufgesammelt ne bitte Ähm 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 Wie ich es kapiert hab muss jetzt andermann komplett was neues craften wegen mir Ne 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 warte ich muss nur noch einen neuen So harte Jetpack da war ich hierbei Ich brauch dafür gehärtete ne das Ding aber jetzt noch brauche ich das Ding Dann brauche ich das Ding So da Das heißt das Ich hab jetzt erstmal Koffer bräuchte Denk ich mir erstmal nicht mehr Das brauch ich auch erstmal nicht Das auch nicht Kevin ich hab's hier gleich Och Mist Oh Kevin oh Mmmmm Kevin traurig Kevin traurig Fuck jetzt weiß ich nicht was ich brauchte Danke Kevin Äh Ist jetzt echt nicht mehr durch Silver bohrte ich genau Silber Ja gut davon hab ich ja nur 5,6 ne Ist ja nix Warte wie viel redstone brauche ich aber Wir haben einen redstone jetzt schon wieder fast komplett aufgebraucht War das nicht so Ähm ich schau nochmal Ich kenn Steve Dark Silberbarren und redstone Okay Ja hab ich doch gemacht Sil- Ich hab Zinnbarren rausgeholt Würde ich mich verarschen Ah der hat das falsche reingepackt Oh Gott Jesus Ja Oh ja auch gleich ein paar mehr vielleicht bräuchte ich auch noch irgendwann Ah So was brauchte ich als nächstes Ähm Kevin wie viel 1k hatten wir 5 oder Bronze Vor Bronze Keine Ahnung Ah da ist noch ein Eins Eisen und Bronze ringsherum Das war ein bisschen doll einfach Warte hab ich noch ein Eisen Ich glaub ein Eisen hab ich noch ne Ein Eisen hab ich noch Boah Schweinlad Scheiß ich brauchte Fuck Scheiß ich battle Ich battle eigentlich sonst gar nicht Aber habt ihr mal ein Eisen für mich Jo Ich brauch nur ein einziges Eisen Ich komm schnell zu dir Danke Das kannst du dir auch eigentlich machen Da Was kann ich mehr machen Ja das da Das ist Willst du mal haben kurz das da Was ist das? Portal oder was? Da Probier's mal So und jetzt mach Ja Mach jetzt einmal Ähm 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 Du einmal Shift nur und Rechtsklick Und jetzt kannst du auswählen Wo du hinreisen möchtest Okay Hier setzen oder Was? Ne 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 Da unten siehst du nicht die ganzen Sachen Ja doch ich seh die Sachen Ich klick drauf und dann Und dann Hast du Rechtsklick zum Teleportieren Okay Siehst Ja danke Ne ne das gehört mir Jetzt komm zurück Ja Danke auf jeden Fall Oh Kannst Kann ich's wieder haben? Ich hab dir Eisen gegeben Nein Liegt's bei den Büschen Bitte Die Büschen sind auch gemein Da rennst grad vorbei Krieg erstmal ein paar Schläge So ein Eisen Aber als das hättest du dir machen können Hätte Das wäre richtig geil Hätte hätte Sklavenkette Weißt du Äh Sklavenkette Sag mal ein Alter Bronze Bronze Redstone Warte was bräuch ich zweimal ne? Ne Einmal bräuch ich das Wow Ne zweimal bräuch ich das Ding oder? Ja zweimal bräuch ich das Ding und davon bräuch ich auch noch ein paar Ah ok Du musst das hier zweimal machen Das heißt scheiße ich brauch nochmal zweimal Eisen Iron Man Ja? Ich brauch noch zweimal Eisen Ich komme Danke Ey ich bin hier grade so ein bisschen Ich steh grad so ein bisschen selber auf den Schlauch Weißt du es tut weh Oh Ja Warte ich bin kurz bei mir zuhause Das Ding Muss nach da Was musst du da auch nochmal rein? Äh Redstone Kann man ja auch denken kann No offense came in you Machst du halt eh schon alles falsch Ist halt Kevin Was erwartest du? Da zwei Eisen Ja Büss Danke Tschüss bis gleich Ah nein wir brauchen noch ein bisschen Eisen Nee Nee Ah ich bräuchte Bronze wieder Brauchte ich wirklich Eisen 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 Ich komme mal zu euch ne Bis auch mal ein bisschen Bronze bei euch Eisen 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 Du siehst das ME System wollte ich auch noch mal anfangen Ja kurz durch Ja System war Ah ja ME Crafting Terminal Wieso Warte ich geb dir die Sachen die du brauchst okay Wenn du andere schauen möchtest Anderman Anderman wo ist dein verdammter Cleaver? Der Cleaver? Hat er geklaut? Ja Hat er abgebaut? Ich hab den Gib den mal Ich farm irgendwas Was farmst? Was soll ich mit dem Cleaver farm? Ah bitte Köpfe Ich warte kurz Warte wo ist unser Netter Portal? Komm mit Ich will dir nur was zeigen kurz Ja ich weiß dass das Spawners sind Okay passt Was Devo? Ja Okay dann farm bitte Für uns Für uns Ja und ich farm ja auch Okay ich farm ja eine Mobseele Okay Kevin Ja mal klären So harte Jetpack Dann bin ich schon mal hier Ey warte ich hab eigentlich alles ne? Was? Inwarbaren, Redstone, das Ding Ich hab eigentlich jetzt alles Eigentlich kann ich mir den Jetpack jetzt glaub ich schon verbessern Ich glaub ich hab da alles Brauch ich das jetzt noch? Ich brauch die jetzt noch Inwarbaren Das hier Redstone Und das Ding So ähm Die Dinge Ah ja warte ich kann mir so ne Rüstung machen Genauso Bienen Warte ich reis heute überall hin Ich hab davon zu viel gemacht kann das sein So jetzt Inwar Und Redstone Toll Stimmt ey ich muss ja zwei von allen machen Ach Gott bin ich blöd ich hab zu viel von allem Hier hin Dorthin 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 So jetzt hab ich schon mal die beiden Sachen Bumm Bumm Die kam dorthin 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 Mal kurz äh Und Inwarbaren Roll Habe ich sogar gehört So Leute ich hab mein Jetpack jetzt einmal Upgradet Ja Und es hat ewig gedauert Als nächstes kommt das Reinforcing Ach Ja So heilige Scheiße Ja Ja das würd ich mal sagen äh Sieht interessant aus Machen wir mal anders Warum? Weil der jetzt echt keinen Nerv zu habe Alter Das mach ich irgendwann ganz 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 Wann anders Fällt irgendwann Offscreen oder so Ich weiß es nicht Aber jetzt hab ich da echt keinen Bock zu Warum? Weil ich da jetzt echt keinen Bock zu habe Weißt du? Und da überlassen wir es jetzt okay? Okay Jetzt werde ich ja aggressiv Zin Zin okay Na ja Ich steh immer noch in der Base Achso ich hab noch euer Bronze ne Nur mal so in die Ball Ich hab immer alles rausgenommen bei euch Jo dann gibts zurück bitte Nein Wenn's das nicht mehr brauchst Ja wir haben eh dann ohne Elix Ach 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 Generator Yellow Heat Was kann ich eigentlich mit diesem Zynanit-Bahn machen? Zynanit-Bahn Zynanit Ja Da musst du dann Zynanit-Re-Prozessor bauen Und mit dem kannst du Plutonium herstellen Okay das brauche ich für Eine so Wie heißt das? Eine Windturbine Genau Der jetzt wieder aufgeladen Oder macht der hier nix mehr? Habe ich den nicht angemacht gehabt? Status Online ja Okay also der müsste eigentlich was rausgeben Immer noch mal ganz kurz äh 13 Activate Reaktor Ja Activate Reaktor ist immer aktivieren Jetzt müsste wieder kommen ne? Ne immer noch nicht Hm Warum wird das Ding hier nicht geladen? Was? Komisch Basic Naja die aktivieren wir erstmal meinen Reaktor wieder Da fasse ich mich von anders mit Jetzt dürfte mein Jetpack erstmal länger halten Das hat er jetzt viel mehr Basic Ja Definitiv viel 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 mehr Nice Nice So ähm Ja ich komme wieder zurück Ich bringe euch meine Bronze wieder Ne? Ich bringe mir Margalin Ja Hier Stück Cool Dass das schneller geht Dass das schneller geht Dass das schneller aufladen Oh bisschen schneller Schadet die Batterie an Satür Bastel der Dampfmaschine What the fuck Ah ein Skelett Ich werde in eurem Haus angegriffen Satür ist schon unsere Batterie Wir sind unsere neue Die hast du ja gerade gebaut Wie soll ich die sehen? What the fuck Alter sie auf den Kühlschrank Ja So kurz aufgeladen Das geht rucki zucki Mit der Je mehr Base ist Kondensita Bank Ja Das ist ein Kühlschrank Hast du die Dinge einfach übereinander gebaut Oder was? Hast du die Dinge einfach übereinander gebaut? Kann ich dich am Schlag? Nein Du bist One-Heat 40 Attack Damage Schön für dich Das ist echt toll Weißt du das? Ich sag's nur wuch Ich sag so nur hoch Hoch So ähm was soll Das muss jetzt ähm denke ich mal Können ich das jetzt mit Ähm ME System Gleich 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 Ich schau jetzt noch mal kurz nach meinem Zuckerrohr Wie viel ich da habe Dann nehme ich das gleich gleich mal mit Weil ich muss Zuckerrohr Und den Bike gleich weiterfahren Damit ich gleich verarbeiten kann Zu München Spät Ich habe dir eh geschrieben Was du alles brauchst Ja ich weiß Deswegen habe ich auch Skype noch im Hintergrund auf Okay Cool Da habe ich nämlich eine Liste dann Daher Endatermic Pump Verpiss dich du Zombie Keiner mag dich Deswegen ist deine Friendlist auch ziemlich leer Und bei euch so läuft ne? Jo Kevin Spielst du wieder an deinem Pimmel? Ne wird das gelöter Achso ok Spielst du an deren Pimmel? Alles klar Ja 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 Alles klar Fuck wie craftet man nochmal Bücher? Ach scheiße man Alter ich werde alt Junge Ich werde alt Ich habe keine Ahnung mehr wie man Bücher craftet Was mache ich denn hier? So Hörer Das wird hier gar nicht mehr angezeigt Bücherregal brauche ich auf jeden Fall Dafür brauche ich Bücher Achja Papier war ja Dreimal Zuckerrohr oder Siegemehl Okizuki Oh 20 Rubinen So Jetzt kann ich wieder reden Okay gut Oh Kevin Muss das sein? Ich esse einfach während der Aufnahme Nicht wie anderem vor der Aufnahme Wir warten 30 Minuten auf den Robby 24 Stück Cool 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 Sehr, sehr, sehr cool Toll, toll, super toll Achja siehste ich habe ja noch meine Eisenbüsche hier Da kann ja auch noch mal Eisen draus machen Da haben wir das Ding gefarmt Witter Skeletor Ja aber es geht auch so schnell Ja Na mit dem Cleaver geht es wirklich schneller Ich weiß aber trotzdem dauert das etwas Ja deswegen farm ich jetzt eine Mob so ile Eine Witter Ja erst wenn ich fertig bin Ok Was? Erst wenn ich fertig bin Oder eine Goldmobsteel wäre auch geil So eine Und ein Gold Pigment Ja Danke Eigentlich könnte ich mal meine ganzen Scheiß hier einschmelzen Meine ganzen Bären die ich hier habe Ähm Achja siehste ich hatte doch Da hab ich die reingepackt ne Ja Da hab ich das Leder reingepackt So und bam Ich hab elf Bücher Wow Yay Fucking amazing Tja egal Drei Bücher und Holz Oh kein Holz Dann scheiß drauf verzauber ich die Dinge erstmal wieder alle durch Ja Top Portal Ja Time So Yay Noch mehr Bücher Äh wurd ich die reingepackt hier oben ne Ja hier oben war das Top Krass Kevin, krass du bist der einzige der sowas hat, weißt du? Ja, leider. Warte ich heftig, oh, warte weg kurz Kevin. Ja warte. Mann lass doch. Ja. Wie soll ich denn so jetzt fahren, wenn du keine Ahnung? Er will dir helfen Kevin, er will dir doch nur helfen. Warte ich mach Attack I.O. 1x1 okay, sonst bist du unabsichtlich tot. Wenn ich dich unabsichtlich tot he 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 he. Ah nein, dann fühlst du dich jetzt cool eigentlich mit deinem Schwert? Ja ne? Jo. Find ich cool. Das ist das zweitbeste Schwert, also na warte. Das drittbeste Schwert im Spiel. Ne ne das viertbeste, ups. Nein das fünfbeste, nein das sechsbeste, ah ne warte mal das siebbeste, ah ne das achtbeste. Ich bin jetzt Bibliothekar ne, also passt auf. Seid gewarnt, sonst komm ich und mach euch schon Messer. Mit meinen Büschern. Oder ne Ghast, Ghast irgendwie auch. So jetzt muss ich euch erstmal bei Skype nochmal wieder rüber ziehen. So gucken wir mal. Boah das ist mir geschrieben. Ah ja siehste da hab ich dich zugespampt gehabt. Scroll nochmal hoch. Ähhh. Wo war das? Da war die Liste. Cool, cool. Cool, cool. Aber siehste, jetzt versteckt das mein Aufnahmefenster. Muss ich mal ganz kurz wieder rüber. So. Oh ich bin dem grad mal 50 Minuten auf. Ich bin dem grad mal 50 Minuten auf und ich hab so viel schon geschafft. Ich hab nen Jetpack verbessert. Ich hab meinen. In der Query fast fertig. Aus der anderen mann abgefuckt. Da läuft bei dir Kevin. Wär ich doch nur so cool wie du. Ich hab halt drei Skelettköpfe, das ist so ein Bullshit. Mal schnell drei bitte. Weg damit. Also nicht dass die Beine gut machen muss. Ich hab's nicht gehört. Ich hab' nicht gehört.